Eine gut gepflegte Einzimmeretagenwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Krefeldstadtmitte. Die Wohnung wurde 1920 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 38 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 265 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.